Was tut man, wenn man gelästert hat und bereut? Muss man sich bei der Person entschuldigen? Im besten Fall ja. Ohne aber, dass du der Person sagst, was du genau gesagt hast. Sonst entsteht dann noch mehr Ärger, als schon ist. Ja, also im besten Fall. Im schlimmsten Fall ist es so, dass du vielleicht die Person gar nicht mehr triffst. Ja? Was machst du dann? Dann sprichst du gut über diese Person. Nachdem du schlecht über diese Person geredet hast, sprichst du dann gut über diese Person. Genau. Wallahualam. Ja, da kiral ashaa.